Kann ich die jetzt? So, sie macht die Kasse. Die eine macht die Kasse und die andere repariert. Das ist doch ein Deal. Deine erste Kundin wartet schon. Maria. Ich hab mal den Müllabfuhr bestellt. Kunde an Kraftstoff. Find ich immer noch witzig, dieses Kunde an Kraftstoff. Wir haben tatsächlich nichts mehr auf Lager. Okay. Autopflege ist noch ein bisschen da. Ähm. Eis. Zigaretten. Wo die teuren Sachen. Haben wir ja noch Platz. Okay, wir haben erstmal ein bisschen was nachbestellt. Funkspruch. Ja, ich hab ja Funk durchgegeben. Herbert, komm mal bitte Müll abholen. Danke. Oder meinst du das Kunde an Kraftstoff? Kunde an Kraftstoff. Kunde an Kraftstoff. Kunde an Kraftstoff. Kunde an Kraftstoff. Ich seh dich. Verkrümmel dich! So, dann ist es weg! Oh, die Lieferung ist da! Ist das stressig! Das ist gut! Ich hoffe nicht, dass heute wieder der Partybus kommt. Wobei wir jetzt halt ein bisschen Ware da haben. Kommt hier schon wieder ein Sandsturm? Ich habe gerade den Wind pfeifen hören. Ich kann es nicht so spülen. Hast du eine Taster? Ich hab's nicht mehr Taster tun. Ich hab's nicht mehr Taster tun. Party Bus. Oh, warte. Aber pass auf, Nico, wo du draufdrückst. Ich habe auf Discord heute nochmal geschrieben, passt auf, wenn euch jemand folgt. Ähm, wo bestimmte Begriffe oder sowas drin sind, im Namen nicht aufs Profil klicken. Ähm, gib mal bei Google Commander Root Follower entfernen ein. Und meldest du dich dann an oder kannst du dann alle deine Follower einsehen und löschen und zeitgleich auch blockieren und melden, wenn du möchtest. Toils, ist was vom Band gefallen. Was? Der hat noch 11 Artikel übrig? Was kauft der denn alles? Ich glaube, der hat gedacht, das ist eine Kaffeefahrt und kein Party Bus, so viel wie der eingekauft hat. Schlecht. Ich lasse nach. Er kauft erstmal Autopflege auf Party. Gott, neun Leute an der Kasse. Ich lasse nach. 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 Hey,私. Will es was bluenyt? Will es? Was weciamoret? Wer sind white? Gott, langsam verliere ich die Konzentration. Ich bin beim Kassieren schon nicht mehr klar mit meinen Fingern. Toll! Die Dose hat es einfach mit reingeschossen. Das ist doch nicht so böse, Elien. Sehr gut, Nico. Du hast halt leider auf Twitch direkt nicht die Option, jemanden aus deiner Followerliste zu löschen. Du musst es dann halt über so ein Tool machen. So, damit sind die drei Hüte auch wieder weg. Super! Gerne! Vor allem, wenn es wirklich jemand war, der in diese Kategorie fällt. dieser bösen Machenschaft. Ich wundere mich halt, warum Twitch es aktuell nicht schafft, diese Bot-Geschichte zu lösen. Weil die gibt es schon eine ganze Weile jetzt, erstmal mit dem. Mit der Art und Weise versuchen, die IP-Adressen abzugreifen. der Pferde der Partibus. Der Pferde der Pferde der Pferde der Pferde der Pferde der Pferde zu lösen. Ich bin so blöd, ne? Sack, meine Konzentration ist gerade ein bisschen... Ist der Müll wieder voll? Hä? Müll ist doch gar nicht... Ach doch, drin halt ist dreckig. Ach, hier sieht es ja echt aus wie... Ach, eine Bombeinschlag. Wir haben 2.000 Geld. Wir müssen bald mal ein paar Spiegel bestellen. Die Spiegel bestellen. Die Spiegel bestellen. Die Spiegel... Wenn wir ja nicht einfach sowas wie eine SB-Kasse oder sowas einbauen... Müssen unsere Angestellten gleich bezahlen? Arbeiten die nicht mehr weiter? Okay, wir sind beide gerade... Wir haben gerade keine Aufgabe. Ich höre doch schon wieder den Wind wehen. Die Spiegel bestellen. Wow, super! So. So. So... Wir sind wieder pleite. Das letzte Geld gebe ich aus für Sprit. Wir haben noch 40 Dollar. Das war's für Sprit. Das war's für Sprit. Fällt mir auf, wenn die hier immer alles an Essen bestellen. Ich hab noch was vom Geburtstag. Essen mitnehmen, nicht unbedingt Essen bestellen. Ich hab keine Zeit zum Essen. Die Böse sind schön. Das war's für Sprit. Das war's für Sprit. Das war's für Sprit. So, jetzt schnell! Pretty much what I asked for. We'll be right back.